Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Ich habe jetzt leider nicht herausfinden können, wie man dieses automatische Speichern abbrechen kann. Ich glaube, das geht gar nicht. Ist auch nicht so gedacht. Also lassen wir es halt einfach drinnen und öffnen mal diese Kiste hier. Jetzt nicht. Raus hier! Aber das ist nicht der Ernst. Hörst du schlecht? Ich bin schreckt. Rau, Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Hallo. Gibt es ja nicht. Echt jetzt? Hat er das jetzt gehört oder was? Jetzt so. Irgendwie voll interessant. Okay. Wir bekommen Proviant, rohes Geflügel und 10 Goldmünzen. Nehmen wir gerne alles mit. So, psch, leise. Weiterschleichen. Dann machen wir noch die Ratte drin kaputt. Ja, und vorher noch Maki-Beeren. Supi, nur ein Stück? Oje, oje. Das Lager hier ist ganz schön mager. Eine verschlossene Tür. Ein Pokal nehmen wir gerne mit. Noch ein Pokal. Wir werden das alles brauchen. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir werden das alles brauchen. Alles. Alles. Wir brauchen alles. Verschlossene Tür ist schlecht, natürlich. Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts. Ja. Der Spruch. Den kennen wir nur zu gut. Ja. So. Rattilein. Es tut mir sehr leid, du arme Ratte. Aber du gibst uns leider wertvolle Erfahrungspunkte. Tut mir leid. Ich habe nur... Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Ja, ja. Brauchst du auch nicht, weil dein Lager ist schon leer. So. Das ist die Frage. Können wir über Umwege rein? Können wir hier hoch? Ich glaube nicht, ne? Da ist nur Wasserle. Na. So. Vielleicht auf dem Schiffele. Vielleicht haben wir da irgendwas. Noch an Wert. Ich schaue nochmal kurz hier rüber. So. Halt. War da was? Tatsächlich. Schau mal. Ein Trank. Super. Super, duper. Und hier? Hallo, Brottsmann. Wird Zeit, dass wir wegkommen. Auch ohne den Befehl des Gepp... Ja. Red du nur. Ich bin derweil beschäftigt. Ich hoffe, es kommt da keiner Schaum. Ich würde nämlich gerne, wenn es hier was zu holen gibt, das mitnehmen. Halt. War da was? Nein. Papara. Da ist gar nichts. Nur ein Bettchen. Mehr nicht. Was wir benutzen dürfen. Hey. Lass mich mal vorbei. So. Aber der Schiff hat wunderschöne Verzierungen, finde ich halt, ne? Das am Rand und so. Hier so. Das da. Ich finde das schon gut aus. Also mir gefällt's. Juhu. Da macht er gleich einen Freundsprung. Auch ohne den Befehl des Käpt'ns wäre mir nie in den Sinn gekommen, hier an Land zu gehen. Juhu. Am Ende fahren sie noch ohne uns ab. Da lasse ich mich lieber vom Kraken fressen, statt hier drauf zu warten, dass mich die Titanen zertrampeln. So weit kommt's noch. Die Black Betty ist zu schnell für das Mistvieh. Die Black Betty. Die Black Betty. Was ich so schön finde, es sind allesamt bekannte Synchronstimmen von der Gothic-Reihe. Ach, ich finde das so toll. Ich finde das wirklich, wirklich toll, dass Entwickler, quasi das Entwickler-Team und die Synchronsprecher dazu, dass die sich auf ein Backel hauen. Und dass sie auch dieselben immer und immer wieder quasi einen, also den Auftrag geben, für sie zu sprechen. Ich mag das so. Ich liebe es, bekannte Stimmen zu hören und sie zuordnen zu können. Zu wissen, dass ich sie schon mal gehört habe in einem, ja, verwandten Spiel. Man könnte ja sagen, es ist ja verwandt, ne? Also, also, Risen hier ist ja, kann man ja so sagen, ist ja der kleine Bruder von Gothic, ne? Kann man ja so sagen. Liebevoll gemeint, natürlich. Da, ich glaube, Treibgut, warte, nehmen wir gerne mit. Und ist das nicht eine Muschel? Oh ja, eine Muschel. Noch eine? Bist du auch eine? Nein. Eine schöne Muschel. Wie fein. Hurra. Kann ich? Darf ich sie wieder öffnen? Warte, Blunder. Muschel. Jawoll. Ja, mit Perle. Boah, Schwein gehabt. Und die ist auch was wert. Murra. Geilo. Oh ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Und das ist sehr, sehr gut. Und das ist sehr, sehr gut. Also, ihr seht schon, Muscheln rentieren sich. Einfach mal aufheben und dann durchklicken und dann ist schon gut. Schaut aus wie eine Muschel, ist aber keine. So, Treibgut. Wahrscheinlich braucht er nur das Holz, weil die Kiste ist leer. So. Ja, Brennholz. Wer ist denn da verstorben? Ach so, ein Sandteufel. Leuchtkugel erhalten. Aha. Ja. Gut. Jetzt haben wir unsere eigene Leselampe in der Nacht. Ja, schön. Da haben wir keine Kerze mehr. Können wir Kerzenwachs sparen. La, la, la. Platsch, plansch, plansch. Da haben wir noch mehr Treibgut. Da ist, ah, noch mal Sandteufelchens. Jawohl. Sehr gut. Es soll ja nichts verkommen. Nicht wahr? Noch eine Muschel? Nein, das ist nur eine Fake-Muschel. Wahrscheinlich ist sie bewohnt, die Muschel, ne? Darum hebt und zerhält sie nicht auf, weil er ein sehr dir liebender Mensch ist. Au. Du Sattelbäcker. Ja, immer versuchen, wow, blocken und ausweichen, probieren halt. Au. Ja, ja, soviel zum Ausweichen. Ich werde verrecken, glaube ich. Jawohl. Den haben wir mal erwischt. Wahnsinn. Ah, okay. Das mit der Pistole haut noch nicht so gut hin bei mir. Mach. Schießen. Oder ist sie leer? Na, hat er 38 Schuss? Hm. Hat gerade nicht hingehauen. Das ist schlecht. Jetzt habe ich ordentlich aufs Maul bekommen. Nicht sehr gut. Halt. Ja, ich hätte... Ich muss noch ein bisschen lernen und üben. Mit der Kampfdingens. Ihr könnt das alle freilich besser. Gar keine Frage. Ich muss das noch üben. Wie immer. Wie immer. Vor allem sollte ich mal was essen, glaube ich. Äh. Hm. Nein. Ich werde das auf die feige Art und Weise machen, indem ich mich dann zu Bett begebe. Ja. Um Ressourcen zu sparen. Weil... Im Laufe des Spiels war es bei mir schon so weit, dass sie mir ausgegangen sind, was nicht sonderlich toll ist. Bist du auch eine hübsche Muschel zu mitnehmen? Nein. Nein. Aber hier haben wir was, ne? Boku-Bilds. Wir sollten vielleicht speichern, ne? Also, Spielstand speichern. Äh. Neuer Spielstand. Ja. Speichern. Und der zweite. Perfekt. Er macht das automatisch. Ach, wie schön. Wie schön. Der hat sich mein Let's Play angeschaut. Genau. Äh? Was ist denn das? Cool. Oh, ein Sandtäufel. Ist so klar hier, ne? Zwei sogar. Ja, ja. Au! Ich muss was essen. Boah, das heilt ja wahnsinnig viel. Kann ich hier rauf? Um mich ein bisschen zu schützen? Kann ich ihn erschießen? Wie haut das nicht hin mit der Pistole? Au! Ich werde sterben. Zum Glück habe ich gespeichert, Alter. Ja, ja. Und? Jawohl. Wir haben... Wow. Oh, oh. Das war nicht schlau. Komm. Du kannst schießen. Bin ich sicher. Keine Ahnung, ob der nachladen muss oder so. Nanu? Hm. Ich soll vielleicht Proviante essen. Ich wollte es eigentlich sparen. Verdammt. Ich sehe jetzt, das heilt nicht sonderlich viel. Wie gesagt, kein... Wah. Okay, das war nicht so gut. Kein Vergleich daneben. Das ist schön. Kein Vergleich zu früher, sozusagen. Au. Erstes hin. Komm, schieß. Okay, das braucht, glaube ich, eine Zeit. Ah, das braucht, glaube ich, eine Zeit, bis das, ähm, ja, quasi wieder geht. So. Cooldown. Cooldown. Der hat Cooldown. Mehr ist da nicht. Okay, zwei Sandtäufel, die uns fast umgebracht hätten. Scheibendreck. Ich muss echt vorsichtiger sein. Das sage ich immer wieder. Und tun, tue ich es nicht. Ja, gut. Haben wir jetzt eigentlich alle Proviantkisten? Uns fehlt noch eine, glaube ich, ne? Oder? Äh, Logbuch. Warte, sieh. Laufende Quests. Ähm, Piratenkluft bedingt. Irgendwanns Caldera. Treibgut. Wir haben fünf und sechs. Jawohl. Es fehlt noch eins. Eine Kiste. Spielstand wurde erstellt. Das ist sehr gut. Du schaust irgendwie. Hm. Treibgutkiste. Da rüben waren wir ja schon, ne? Da hab ich. Da war. Da war nix, ne? Vielleicht bin ich auch einfach nur blind. Das wär ja auch nix Neues. So. Nein. Hier haben wir nur Wasser. Vielleicht auf der anderen Seite, ne? Der Strand ist ja etwas größer. Als nur bis hierher. Lauf mal noch ein Stück zurück. Weiter hab ich da drüben einfach was übersehen. Würde mich ja auch gar nicht wundern. Ah, ich glaub da vorne, ha? Bist du eine Kiste? Du schaust Kiste nach einer Kiste aus. Jawohl. Perfekt. Können wir schon zurückbringen. Sehr, sehr gut. Und dann geh ich schnell schlafen. Räume ich schnell eine Runde aufs Ohr. Hallo, Herr Lagerverwalter. Hast du was gefunden? Ja, schau mal. Ein paar Fässer und Kisten. Mehr gibt es nicht zu holen. Ein paar Fässer und Kisten. Mehr gibt es nicht zu holen. Das sieht gut aus. Gut gemacht. Gibt es auch ein bisschen Gold? Hol dir gefälligst deinen Sold bei Angus ab. Ich bin gar kein Mitglied der Inquisition mehr. Aber du hast doch deine Uniform an. Bald nicht mehr. Du gehst wirklich weg von hier? Ja, mit dem nächsten Schiff. Tja, in dem Fall. Alles Gute. Tja, dankeschön. 200 Gold. Sauber. Boah, das hat sich voll ausgezahlt. So. Dann gehen wir wieder zurück. Die Männer auf dem Schiff haben scheinbar keinen Auftrag für uns. Keine Aufgabe nicht. Jawohl, salut. Wenn wir reinkommen, salut. Ich geh mal pennen. So. Achso, wenn es so abgeht. Hi, Betty. Ich sollte sie schlafen lassen. Ich darf da nicht drin, haja. In meinem eigenen Bettchen nicht. Wie gemein ist denn das? Da oben gibt es ja auch nichts mehr, ne? Der eine Kerl. Ja, vielleicht können wir ja dann... Bisschen später. Wenn die Patty aufgestanden ist. Vielleicht können wir dann schlafen gehen. So. Jo. Oder ich finde ein anderes Bett an. Ein anderes... Eine andere Schlafmöglichkeit. Das wäre auch nicht schlecht. Auf dem Schiff, ne? Ich hätte auf dem Schiff schlafen können. Soll ich das nochmal hinlaufen? Ich hoffe nicht, dass das Not sein wird. Ich tue mal speichern. Sicherheitshalber. So. Speichern. Jo. Und da rein. Hallo. Die Lage ist unverändert. Solange die Armeen von Ursegor und Ismael sich im Norden noch bekriegen, sind wir hier sicher. Aber sobald einer von ihnen den Sieg erringt, wird er nach Caldera marschieren. Davon müssen wir ausgehen. Und bis dahin müssen wir hier alle verschwunden sein. Also hat der Hohe Rat endlich die Evakuierung von Caldera beschlossen? Der Hohe Rat ist unschlüssig. Er will, dass wir die neue Welt genauer untersuchen, bevor wir Caldera aufgeben. Und was gedenkt der Hohe Rat, gegen die Bedrohung durch Mara zu unternehmen? Der Kraken hat uns schon zu viele Schiffe gekostet. In dieser Sache hat sich etwas Neues ergeben. Wir sind einer magischen Waffe auf der Spur, die stark genug sein könnte, den Kraken zu vernichten. Einer meiner besten Männer wird sich um die Sache kümmern. Was soll ein Mann gegen dieser Bestie unternehmen? Das hat er schön gesagt, oder? Hey, wir haben einen Feuertitan besiegt. Und vor dir steht nicht irgendjemand, sondern ein waschechter Titanenlord. Du Schnösel. So, ne? Ich bin der Beste. Ja, das habe ich gerade gemacht. Ich habe selbst noch nicht den blassesten Schimmer. Das lass mal meine Sorge sein. Bringt du mich nur nach Takarigua. Das lass mal meine Sorge sein. Bringt du mich nur nach Takarigua. Das ist also dein bester Mann. Weiß der Hohe Rat davon. Ich sagte doch, es hat sich etwas Neues ergeben. Du weißt ja, wie schnell der Hohe Rat seiner Entscheidungen fällt. Verstehe. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Sobald du bereit bist, gehst du zu Sebastiano aufs Schiff. Die Black Petty legt heute ab. Auf Takarigua gibt es einen Stützpunkt der Inquisition. Wenn du dort ankommst, gibst du dich als Arbeiter aus. Dann suchst du das Piratennest auf der anderen Seite der Insel. Okay. Und wenn ich bei den Piraten bin? Niemand soll mich mit der Inquisition in Verbindung bringen. Alles klar. Na, das obere zuerst. Und wenn ich bei den Piraten bin? Gewinnst du Stahlbats Vertrauen und findest heraus, was für eine Waffe er gegen den Kraken hat. Sobald du sie in Händen hältst, kehrst du hierher zurück. Niemand soll mich mit der Inquisition in Verbindung bringen. Niemand soll mich mit der Inquisition in Verbindung bringen? Auf keinen Fall solltest du dich auf die Inquisition berufen. Das gilt insbesondere für die Besatzung der Garnison auf Takarigua. Nur Sebastiano kennt da den Auftrag. Zu deiner eigenen Sicherheit sollte das auch so bleiben. Wenn die Piraten herausfinden, dass du zur Inquisition gehörst, bist du ein toter Mann. Das könnte passieren. Ich kann unseren eigenen Leuten nicht trauen. Ich kann unseren eigenen Leuten nicht trauen? Wir wissen nicht, in welcher Verbindung sie zu den Piraten stehen. Du solltest besser vorsichtig sein. Alles klar. Wenn es diese Waffe wirklich gibt, müssen wir sie haben. Ich verlasse mich auf dich. Und denk dran. Ab jetzt bist du offiziell kein Mitglied der Inquisition mehr. Der hat einen Beutel. Ich bin fasziniert von seinem Beutel. Ich will den Beutel haben. Wird noch nicht zurecht gehen. Kameradistanz verändern. Mit dem Mausrad. Ist das so gemeint? Jupp. Scrollen. Scrollen, scrollen. Aha. Jo. Okay. Aber so der Mittelweg so momentan ist, glaube ich, nicht so schlecht. Glaube ich. So vielleicht so. Ja. Vielleicht. Nein. Doch. Oh. Kann ich schleichen? Du kannst aufhören zu schleichen. Ich habe dich gesehen. Verdammt. Ich hatte... Ich hatte gehofft, ich habe einen guten Winkel. Angus. Angus. Servus, Angus. Wie geht's dir? Was machst du? Was ich immer mache. Rechnen. Und wenn ich alles durchgerechnet habe, rechne ich's nochmal. Aber was nützt es? Die Offiziere und Rekruten wollen ihren Sold. Nur gut, dass das bald ein Ende hat. Es gibt bald keinen Sold mehr? Quatsch. Nein. Ich bin bald hier weg. Du willst hier weg? Du willst hier weg? Hast du schon mal über die Festungsmauer geschaut? Hier geht bald alles den Bach runter. Da habe ich mich zur nächsten Expedition freiwillig gemeldet. Ob das so schlau ist? Was ist mit meinem Sold? Was ist mit meinem Sold? Du bekommst nichts. Was? Ich habe genau gehört, was der Kommandant gesagt hat. Du bist kein offizielles Mitglied der Inquisition mehr. Was? Der Kommandant, ne? Echt? Der könnte schon mal sein Maul halten. Entschuldigung. Aber ich bin auf geheimer Mission. Aber ich bin auf geheimer Mission. Über die du offiziell gar nicht reden darfst. Aber mit dem Gehorchen hast du's ja nicht so. Wie kannst du es wagen? Du kennst dich doch gut mit den Vorschriften aus, was? Du kennst dich doch gut mit den Vorschriften aus, hm? Deswegen haben sie mich ja zum Zahlmeister gemacht. Dann weißt du doch bestimmt auch, wie ich in so einem Fall doch noch an meinen Sold komme. Naja, ich könnte es unter spezielle Aufwendungen verbuchen. Jetzt verstehen wir uns. In deinem Fall könnte ich 200 Goldstücke auszahlen. Ja, nehm ich gern. Erzähl mir mehr über die Expedition. Erzähl mir mehr über die Expedition. Ich weiß nur, dass nächste Woche ein Schiff hier ankommt, das in die neue Welt segelt. Der Rest ist geheim. Genau wie bei dir. Aber ich bin mir sicher, da hinten ist es besser als hier. Sauber. Voll abgecashed. Jawohl. So muss es ausschauen. So muss das ausschauen, meine Lieben. Können wir bei dem Kerl vielleicht schon Schloss knacken lernen? Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Wirst schon sehen. Mhm. Ah, okay. Da geht nichts mehr. Ich möchte gerne schlafen gehen, ehrlich gesagt. Ist bei dir irgendwas? Was gibt's Neues? Das Schiff legt heute ab. Ich habe Befehl, den Gefangenen an Bord zu bringen. Wer ist der Gefangene eigentlich? Wer ist der Gefangene? Ich denke, er ist ein Pirat. Hat wohl auf einem unserer Schiffe angeheuert und versucht, das Lagerhaus zu plündern. Jetzt geht's ab mit ihm nach Takarigua. Ich werde an Bord sein, wenn du das Schiff ablegst. Äh, wenn das Schiff ablegst. Ich werde an Bord sein, wenn das Schiff ablegt. Du fährst nach Takarigua? Was willst du da? Einkaufen gehen. Ich finde eine Waffe gegen den neuen Kraken. Das darf ich nicht sagen. Ich rette euren Arsch. Das ist ein Geheimnis. Ja, das ist geheim. Das ist geheim. Ach komm. Hier kannst du es doch sagen. Ich finde eine Waffe gegen den Kraken. Ich finde eine Waffe gegen den Kraken. Hat das der hohe Rat angeordnet? Direkter Befehl von Carlos. Aber behalt's für dich. Die ganze Geheimniskrämerei in letzter Zeit macht mich ganz unruhig. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Jedenfalls wünsche ich dir viel Glück. Danke. Der ist ein netter Kerl. Ich mag den irgendwie. Und wer bist du? Severin. Ich versuche hier den Männern Disziplin beizubringen. Siehst du das nicht? Nichts für ungut. Weitermachen. Das ist doch Schwachsinn. Bring den Männern lieber bei zu kämpfen. Nichts für ungut. Weitermachen. Nichts für ungut. Weitermachen. Sehr freundlich. Darf ich hier rein? Ja, der schimpft nicht. Schlafen gehen. Mit der Maustaste. Ja, gern. Aber zuerst würde ich gerne noch was blündern, ehrlich gesagt. Ach, das ist alles verschlossen. Und ich darf nicht... Ach, leg mich doch am allerwertesten. Also wirklich. Das ist ja... Also wirklich. Na. Bis zum nächsten Morgen pennen. Jo, machen wir doch glatt. So, jetzt soll ich mir normalerweise wieder gesund sein. Prima. So werde ich das die nächste Zeit über machen, bis ich nach und nach stark genug bin. Ja, wobei der Proviant und so, ne, gibt ja nicht viel aus. Aber gab es da nicht eine Möglichkeit, dass der Proviant nahrhafter ist, effektiver ist? Ich bin mir nicht mehr sicher. So, auf jeden Fall, wir sind hier fertig, ne? Glaube ich. Dann gehen wir doch mal zu Petty, oder? Ah, sie ist schon wach. Hi, Petty. Na, mein Jübscher. Gut geschlafen. Bis mich das Gebrüll von diesem Wahnsinnigen da unten geweckt hat. Wie hast du es nur die letzten Monate hier ausgehalten? Es gibt jede Menge rum hier. Du klingst wie mein Vater. Ihr beide werdet euch bestimmt gut verstehen. Das glaube ich auch. Mir gefallen die Gestiken so. Mit der Hand und so, ne? Also, ach, das gefällt mir gut. Erzähl mir mehr über dein Papilein. Erzähl mir mehr über deinen Vater. Mein Vater hat mich damals auf Faranga sitzen lassen. Alles, was er mir liess, war seine Seekarte und eine Seite seines Tagebuchs. Darauf beschreibt er die Lage seines Schatzes. Ich weiß nur noch nicht, auf welcher Insel der Schatz versteckt ist. Und genau das werde ich rausfinden. Du willst immer noch den Schatz deines Vaters stehlen? Nicht ich. Wir. Du hilfst mir, den Schatz meines Vaters zu heben. Und ich helfe dir, an deine Waffe zu kommen. Cool. Abgemacht. Ich denke darüber nach. Na, na, das ist fast schon so. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Hat man noch weitere Überlebende am Strand gefunden? Nein. Du warst die Einzige. Ach, die armen Schweine. Na gut. Du hast doch bestimmt noch ein paar Sachen zu erledigen, bevor wir aufbrechen. Ich gehe schon mal runter zum Schiff. Alles gleiche, meine Biene. Die süße Biene da. Patty. Ach ja. Das Traumgespann die beiden, ne? Wie schön. Ach, wie schön. So. Normalerweise sind wir hier fertig eigentlich, ne? Wir haben das Lager gemacht. Wir haben das Lager gefüllt. Zuerst ausgeraubt, dann gefüllt. Es gibt sonst keine Quests. Wir haben da unseren Sold noch bekommen. Äh, ja. Boah, das ist so einfache Buchführung hier, ne? Muss ich grad mal, muss ich grad mal einhaken, ne? Einnahmen, Ausgaben, ähm, Lagerbestand, Kassabuch maximal noch und fertig. Ach, echt schön, weil man bedenkt, heutzutage, ne? Große Firmen, doppelt die Buchführung, wahrscheinlich müssen die auch doppelt die Buchführung schon machen mittlerweile, weil es sonst so ungenau ist. Boah, krass. Es gibt zwar noch dieses einfache System, wie es die hier haben, aber da muss man, ähm, entweder ein pauschalierter Landwirt sein, ne? Sowas in der Art. Oder ein Kleinunternehmer, ne? So irgendwie. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, voll cool. Ah, cool. Echt, muss ich schon sagen. Ach, toll, toll, toll. Alles toll. Schön, schön. Wenn wir jetzt aufs Schiff gehen, ist das richtig? Ich sollte vielleicht mal in die Questlog schauen, ha? Titanenwaffe. Äh, da, Titanenwaffe. Die Piraten sollen eine Waffe gegen den Kraken haben. Ich muss diese Waffe haben. Käpt'n Stahlbart soll wieder aufgetaucht sein und mehr über die Waffe wissen. Beratenkunft, ist das noch jetzt? Äh, Kluft, so. Ähm, so, 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 so. Alles gut. Ich hoffe, dass das passt. Ich gehe halt mal zum Schiff. Ich schaue mal, ob das überhaupt richtig ist. Wahrscheinlich eh falsch. Was willst du? Auf nach Takarigua. Auf nach Takarigua. Das erzähl mal schön dem Käpt'n. Und der ist wo? Bist du der Käpt'n? Matrose. Ja, genau. Der schaut aus wie ein Käpt'n. Ich bin so schlau. Ein... Wo ist er denn? Der da. Der schaut aus wie ein Käpt'n. Sebastiano. Das Schiff ist bereit. Wie sieht's mit dir aus? Kann losgehen. Auf geht's. Auf geht's. Ankerlichten. Segel setzen. Steuermann. Kurs auf Takarigua. Tschüssi. Mann, und hier war es so schön warm. Hier muss es richtig angenehm warm sein. Im Hintergrund alles voll Lava und Feuer. Man riechen wird schlecht, aber... Oh, dafür hat Metasmeer. Nie wieder kalte Füße. Ach, wie schön. Mit der Fähigkeit irgendwas, das war zu schnell. Das war auch zu schnell. Aber ein sehr schönes Schiff. Boah, der traut sich aber weit ran. Normalerweise gab's da immer so ein Beiboot, oder? Das zu Wasser gelassen werden musste, damit man ans Ufer kann, ne? Das sieht doch schon viel besser aus. So wird niemand auf die Idee kommen, dass du zur Inquisition gehörst. Wir sollten von Bord gehen. Die Crew ist schon an Land. Die Besatzung von Puerto Sacarico weiß bestimmt nur wenig über die Piraten. Aber vielleicht können wir Hinweise auf die Lage des Piratennesters bekommen. Außerdem sollten wir uns für unsere Expedition ausrüsten. Boah, ich liebe es. Ich liebe es, ihre Gästigen. Es tut mir leid. Ich liebe die Gästigen in dem Spiel hier. Und ich dachte schon, wir hätten da uns ein bisschen vergnügt. Ich dachte schon, die hat mir die Kleider vom Leib gerissen. Dabei ist das unser Arbeiter-Outfit. Ja. Was? Was hast du mit meiner alten Rüstung gemacht, Mädel? Was hast du mit meiner alten Rüstung gemacht? Deine alten Klamotten? Die habe ich über Bord geworfen. Du hast was? Du hast selbst gesagt, keiner soll dich mit der Inquisition in Verbindung bringen. Na, das fängt ja gut an. Ja, aber Wäsche waschen geht doch anders, Mädel. Ich sag's ja, Männerhaushalt sind immer besser, ne? So. Aber das Outfit steht ihm doch gut, oder? Was? Hi, Betty. Wie willst du herausfinden, wo Stahlbart seinen Schatz vergraben hat? Ich habe jahrelang auf Varangar hinter der Theke gestanden. Ich werde ihn einfach unter den Tisch saufen. Dann wird er es mir schon erzählen. Sehr schön. Wie mache ich mich? Wie mache ich mich? Hm. Ganz gut. Aber werd bloß nicht übermütig. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Moin. Kannst du das nochmal sagen? Ach so, keine Zeit. Ja. Warte hier, ich habe noch Grog übrig. Ich habe noch Grog übrig. Hier, nimm eine Flasche. Hier. Nimm eine Flasche. Gut. Ja. Aha, das ist quasi so ein Erteilmittel, oder was? Na dann. Äh, Ende, ne? Sie kann ja ruhig mitkommen, oder? Bleibt sie hier? Nö, sie geht schon mit, oder? Die Biene, die Süße. Was haben wir denn da unten? Ich könnte alles gebrauchen. Gott sei Dank sind wir hier in der Karibik. Sonst wär's dem Kerl glatt zu kalt. Was bist denn du? Ein Stammesbruder. Wie hier sind die? Makua? Makua? Maku? Maku? So, irgendwie. Na toll. Ja, das war damals üblich. Indianerstämme, sag ich mal. Oder auch von Afrika halt eben, ne? Wie praktisch, dass wir jedes Mal Sklaven geladen haben, wenn wir hier landen. Jo, da können wir uns die Schlepperei sparen. Bald geht's weiter, zur Schwertküste. Jo, aber nicht für den da. Seid ihr Mädchen, oder was? Oho. Mann, Schatz, kannst du mir bitte mal die Tüte abnehmen? Meine Nägel brechen sonst ab. Entschuldigung. Das war jetzt gemein. So. Ich habe keine lakierten Fingernägel. Du hast dich deiner Uniform entledigt. Das ist gut. Ich habe den Männern erzählt, dass ich dich unehrenhaft aus dem Dienst entlassen musste. Wegen fliegelhaften Benehmens. Ich dachte, bei deiner Visage ist das von allen möglichen Gründen der plausibelste. So wird dich bestimmt niemand mehr mit der Inquisition in Verbindung bringen. Was für ein wunderschöner Tag. Was für ein Arsch. Da hast du recht. Sie hat auch recht. Es ist wurscht, wo man sich hintritt. Alle haben recht. So. Passt. Da freuen wir uns. Hurra. Was für ein schöner Tag. Ja, und andererseits ein schrecklicher Tag, denn der Part ist zu Ende. Ja, für mich geht es hier noch frisch, fröhlich weiter. Noch ist hier alles schön ruhig und friedlich. Das muss ich ausnutzen und auskosten. Und deshalb werden wir hier unser Speicherritual vollbringen. Also, zack und speichern und hier drauf und speichern. Yep. Fein, meine Lieben. Das war es wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.